kann ich jetzt ja aber nehmt mir wirklich nicht weg ja nein nein ich hab nur mir ein Gewicht gekauft so Leute jetzt wird's lustig jetzt guckt mir mal ein Möb beim bekloppten Treckerfahnd zu was er nicht kann weil das ist nämlich ein Vielgelenkfahrzeug Vielgelenk nice nice damit ist das Fahren richtig kacke mit Anhänger also ich mag den guck mal ihm mal zu jetzt scheinen wir ihn mal so hat da die Tasse dran und hat dann schon abgesetzt jetzt funktioniert die Maus wieder nicht und was passiert mit meiner Maus heute nicht wo willst du hin? weißt nicht wohin fall du mal vor ich fühl das Ding jetzt ich fühl das Ding jetzt ja ja toll wie soll ich jetzt da reinkommen? ja das weiß ich nicht äh wir nehmen kein Raps mehr kein Raps mehr? wir nehmen jetzt Gerste wo finde ich das Gerste? das ist Mais das ist Raps das das hier müsste Gerste sein das hier ok ok weil äh Raps ist nämlich bei unter bei äh 1048 und das Gerste bringt 1449 äh komm ich so nicht rein boah ist das beschissen kommst du echt nicht rein? das ist doch dran komm ich so ja das ist schon eine riesengroße Maschine die er jetzt hier hat aber die wird ihn nicht bedringen weil wie ihr gesehen habt kommt er hier schon kaum hin aber das fahren wird gleich lustig also ich freue mich schon drauf Moment hopp ah auf den kommt man nicht drauf oder was ist das denn denn scheiße? auf den kann man nicht drauf klettern oder? warte mal hallo jaja ich bin der König der Welt hallo siehst du mich? was machst du? ja du bist da oben ne? ja ich bin auf dem doch äh geh mal runter wieso? äh 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 komm da auch hoch ist so schön hier oben ja dann nimmst du meinen Wagen ne? oh man alter eiii 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 Alter guck mir mal ein riesen Ding an eiii 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 nee 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 steig ein und zieh zu dass du Gas gibst warum machst du jetzt wieder aus bist du? hm 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 ja ich hab meine Mutter die ganze Zeit raus dessen Gr buffChef üşbid hm 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 Bist du fertig? Warte, ich komme. Oh ne, nicht Bero in der Stadt rein, ne? Ja, natürlich. Oh ne. Ist nicht dein Ernst, oder? Wir müssen doch in die Stadt rein. Wir müssen doch wieder zur Gaststätte. Warte mal auf mich, ey. Ich denke, du bist schneller als ich. Ihr weißt so viel PS wieder auf und hat nichts drauf. Wer? Ja, mein Fahrzeug hier. 61.000 Liter, oha, krass. Oh ne, es wird jetzt übel zu Fels hier geben. Und ich freue mich schon. Nein. Das ist gut. Wow. Und das jetzt? Da ist der Meer. Da ist der Meer. Das bringt dir dein neuer Trecker aber gar nichts, was? Ne, gar nichts. Nicht übers Feld da fahren, Leute. Was ist das denn? Hast du schon mal einen Bauer gesehen, der quer über das Feld fährt? Ja. 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 Das ist aber der Einzige. Und ich... Wie? Ich bin schon mal in die Stadt. Ich bin schon mal in die Stadt. Ich bin schon mal in die Stadt. Was ist auf mich? Ja, mach mich. Sehe ich. Warte, muss auf dich. Ach nein, weiß nicht, bin ich so. Ich warte viel. Hallo, Maus. Jo. Ich meine meine Maus. Sollst du auch mal mit deinem Tracker zu spielen? Was ist? Sollst du mit deinem Tracker rumspielen. Sollst du mit deinem Tracker rumspielen? Ich kann die Tracker rumspielen. Hallo. Jo. Meine Zeit glaub ich nicht. Na, kannst du dich jetzt einholen? Na, ich... naja. Nicht wirklich. Ich hasse das Ding jetzt irgendwie voll. Ja, und dafür hast du jetzt dein ganzes Geld ausgekriegt. Ich hab schon wieder 275.000. Ja, ja, ja. Ist okay. Du dockst mit Game Mode. Ja. Ja. So, dann wollen wir doch mal hier... Erstmal gucken, wo können wir die Dinger hinstellen. Ähm, wie konnte man die drehen? So. So. Machen wir die Dinger hier oben mal noch hin, wa? Wo bist du denn? 12... 12... 19... 1977... 20... 20... 20... 20... 20... 20... als den gleichen wie ich habe. Oder welchen? Einen anderen Deutsch. Anderen Deutsch? Das sind die gleichen, ne? Ich glaube, ja. Ja. Moment mal, hier steht ne Bezeichnung drauf. Was steht da drauf? M620 Agro Liner. Und ich hab den... Ne, ich hab einen anderen. Okay. Meiner ist stärker. Den, den du gekauft, das ist jetzt totaler Schwachsinn. Ach, egal. Weil der kann den großen Anhänger kommen ziehen. Und Frontgewicht brauchst du übrigens, ne? Ach, ja, ja. Kommt noch. So, aber wir verabschieden uns jetzt erst mal. Wollte ich grad sagen, danke für dich zu gucken, Leute. Wenn wir uns über den Daumen hoch freuen. Ja, bei ihm oder bei mir. Ja, bei ihm könnt ihr euch Daumen runter. Bei mir ist das besser. Ja. Gut, tschüss. Tschüss. Wenn der Quali wollt, guck da bei mir. Wenn er scheiße wollt, guck da bei ihm. Ganz einfach, ne? Ja, tschüss. 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 Tschüss.